DAX-Trading 24.10.2019 Tagesgewinn, 1200 Euro Autor deseltsamek kennt sie YouTube. Heute ist Donnerstag, der 24. Oktober 2019. Der DAX steht jetzt genau um 9 Uhr bei 12.862 Punkte. Ich gehe erstmal von einer Steigerung aus und kaufe einen neuen DAX für 12.862 Punkte. Nunmehr ist es 9 Uhr 23. Der DAX ist tatsächlich gestiegen und steht jetzt auf 12.900 Punkte. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 38 DAX-Punkten mit. Jetzt ist es 9 Uhr 30. Der DAX hat wieder gedreht und steht jetzt bei 12.897 Punkte. Ich mache jetzt einen Leerverkauf für 12.897 Punkte. Jetzt ist es 10 Uhr 32. Die letzte Stunde hat es zwar Auf- und Abbewegungen im DAX gegeben, die ich wegen einer Live-Übertragung nicht verfolgt habe. Aber jetzt steht der DAX auf 12.949 Punkte. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 48 DAX-Punkten mit. Damit möchte ich für heute Schluss machen. Ein DAX hat heute einen Wert von etwa 12.80 Euro und ich habe gewonnen. 38 DAX-Punkte plus 48 DAX-Punkte macht zusammen 96 DAX-Punkte, also etwa 1.200 Euro. das das und das